Guten Morgen, wir haben jetzt den vierten Tag, es ist der 25. Jänner, wir haben über zweieinhalbtausend Kilometer hinter uns. Wir sind aus der Halle von Porta Augusta und fahren jetzt auf Meldura. Und Außentemperatur 28 Grad, Sonnenschein und ich navigiere jetzt in der Sillaber, dass wir in Meldura nachdenken.